Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, wie ihr sehen könnt, es steht die 73, weil wir jetzt 73 Abonnenten haben. Und da machen wir einen 73 Abonnenten-SWischung. So war mit der Piñata-Teata. Okay, Maxi fängt jetzt an. Augen zu. Steig 7. Hier ist mein Bechtobuschläger. Hier ist mein Held. Und hier ist mein Held. Was ist los? Doch mal, auf, auf. Auf. Okay. Nein, ich hab's kaputt. Ja. Jan räumt zuerst gerade auf. Und die 3 hängt dann schon. Findest du? Ja. Jan ist jetzt der maskierte Ritter mit Baseballschläger. Aber schlag... Aber lass den Baseballschläger nicht auf mich mal. Ohohohohohoho. Oh, Scheiße. Das ist wirklich ein geist 73 Abos-Special. Ach du Scheiße, das ist ein Abos-Special. Jetzt. Wir füllen jetzt Wasser in den Bucksack. Der eben kaputt gegangen ist. Geh mal raus. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Jo, abonniert uns doch, damit wir noch weitere Abo-Specials machen können. Und das ist übrig geblieben. Geh weg!